Willkommen zu einem weiteren Part von Let's Play Classic Sonics VD Adventure. Das letzte Mal haben wir das Geisterschloss hinter uns gebracht. Ähm, Entschuldigung, das Geisterschloss. Und heute wollen wir in 1.5 reingehen. Dieses Level wird mir jetzt wirklich alle Leben rauben, die ich mir jetzt verdient habe. Ich habe mir insgesamt 8 Leben dazu gewonnen. Ich dachte 8, aber okay, ja, nehme ich auch mal so hin. Ein paar Reinge nehme ich schon mal mit. Und dieses Vieh solltet ihr gut im Auge behalten, denn das ist gemeiner, als es aussieht. Das wird uns so umbringen. Mehrfach. Aber jetzt kommen wir erstmal zum Level selbst. Was ja mit Abstand eins der Ewigsten ist, dass ich jetzt gesehen habe. Na komm, ich schaff das schon. Das ist schaffbar. Ich muss nur den 3D-Bereich erreichen. Ich gehe mal zu weit, glaube ich. Yep. Das war mein Fehler. Wenn ich halt zu weit fliege, dann... Nein. Ach gut, überlebt habe ich es. Und rüber. Ui. Jetzt wird's Glücksspiel. Wer ich das Leben überlebt? Nein. Ihr wartet dann ja ernsthaft, dass ich hier... ...rauskomme, ohne zu sterben. Also, ich bitte euch. Ich werde schon ein paar Mal hier sterben. Deswegen habe ich ja auch angefangen, Leben zu fahren. Gerade für diesen Moment... ...habe ich angefangen... ...hochzufahren. So, dann wollen wir nochmal da rein. Wir warten. Wir sind geduldig. Und jetzt müssen wir nur noch da rüber. Yeah. Und jetzt können wir die Macht des Blauen Schildes wieder benutzen, um uns Abbas hier voranzubringen. Naja, es sagt derjenige, der jetzt hier wahrscheinlich wieder sterben wird. Die Frage, wo Ring 2 und Nummer 3 war. Nummer 3 weiß ich, das ist... ...bei der Stelle, wo ich die meisten Leben verlieren werde. Hep. Genau. Ah, ich weiß wieder, wo alle waren. Alles geklärt, so. Und jetzt mit einem Satz. Na, haben wir es doch schon mal geschafft. Ui. Und... ...jetzt geht es ja weiter. Kommt jetzt der Bereich? Ja, jetzt kommt er. Unser Freund hier... ...hat Aggressionen gegen mich gefunden. Nur, er wird uns nicht so einfach offenbaren. Uah. Nein. Wieso schafft er es nicht? Das war hoch genug. Irgendwie bugt das manchmal nicht. Also es ist wirklich... ...ein sehr verbuggter... ...spaß, dass das... ...mal funktioniert das mit dem Spruch, mal funktioniert das nicht. Ah, das Spiel kommt da wieder. Also... ...das lässt uns nicht in Ruhe. So, dann wollen wir mal da rüber. Denn da drüben ist der rote Ring Nummer 2. Uah. Uah. Nicht sterben. Bloß nicht. Ja. Fast den Ring. Oh Gott Deswegen Habe ich sehr viel Leben gefahren Genau deswegen Ja Und die werden wir jetzt alle verlieren Habe ich überhaupt noch einen Ring? Nein Deswegen nehme ich mit Okay wir haben noch welche Ringe Wir haben Ringe, wir haben 64 Alles klar Macht's noch besser ne? Ne Ich hasse den Vulkanabschnitt Der ist so gemein Wenn du da einmal falsch bist Das ist dieses 3D manchmal Weil du musst genau aufs 3D treffen Hä? Ja Manchmal ist ich Die Engine dafür Ach da ging's weiter Ich kann mir das doch gar nicht merken Das ist halt ein böses Level Deswegen hasse ich's auch Weil ihr müsst so viel merken Wie ihr lang müsst Und das könnt ihr euch jetzt gar nicht merken Das ist doch krank Und ihr meint das ist jetzt schon das Krankste Level Das es gibt im Spiel Das geht noch schlimmer Das hier ist die Vorstufe Von dem was euch erwartet Wer es wirklich bis an die Spitze treiben will Nehm Ja Irgendwie krieg ich's ne hin Ich kann doch gleich cutten Und dann wär ich bestimmt wieder genau da Durchkommen Wenn Vor allem wenn ich jetzt cutten würde Ich will garantiert das ganze Level schaffen Das kann ich jetzt schon garantieren Sobald ich schneide Nur ein Leben Und dann cutte ich Dann setz ich die große Schere an Und ich sag euch Die Schere wird das ganz bestimmt richten Auch wenn das glaube ich jetzt eher Ein Bezweifle Dass das Der Fall sein wird Aber Naja Und falls ihr fragt Das muss man erst mit das Natur spielen Nur falls das jetzt Irgendwer mal wissen möchte Umbedingt Meines unbedingt wissen zu wollen Es ist alles ein reines Tastaturspiel Wow Tat nie weh So Der rote Ring Hab ich Los komm Wir schaffen das niemals Niemals Wenn ich das jetzt hier gewusst hätte Dass das so enden wird Dann hätte ich mir das jetzt Das wäre echt gut überlegt Aber Ey Du stirbst Oder Ne Ich habe Angst Bei dem Spiel Jetzt schon wieder Ein Leben Das ist es mir nicht wert Das ist es mir definitiv nicht wert Geholt zu werden Lieber es mir wert Bis zum Ziel zu kommen Ah Das kommt ja jetzt auch gleich Da ist es ja Das große Ziel Oh Gott Das war jetzt Höllisch As fuck Ich weiß Ich werde wahrscheinlich Jetzt beim nächsten Level Sterben 100% 100% Ich werde jetzt beim nächsten Level Game over gehen Das kann ich dir jetzt schon versichern Aber Naja Red Wings 4 Wait what Können wir das bitte erklären Ich habe so keinen Plan Wo ich es im vierten gesammelt habe Ich kann es wie ehrlich gesagt Jetzt nicht erklären Tja Gehen wir zum nächsten Level Bevor es mir anders überlege Oh Das sind wir schon ganz schön weit gekommen Und jetzt darf ich den ganzen Weg Bis davor latschen Ach ja Jetzt kommt eine Sache Die ich euch noch dazu sagen muss Zum Spiel Dann nach dem Level Kommt ein Bosskampf Kann ich euch schon mal so spoilern Und Da ist ein Bug drin Dann müsst ihr dann In einer bestimmten Datei In der FS Punkt save Den Wert auf 100 setzen Ansonsten funktioniert das nicht Weil das bugt ja teilweise Nur dass ihr schon mal davon gehört habt Weil dieser Bug ist wirklich Absolute Scheiße Und hier gibt es einen Richtig kranken Bug Und hier hat die Musik Sonic Lost World Das werden bestimmt Die einigen schon bemerkt haben Hier Besonders hier die Irgendwie in Lost World Let's Play verfolgt haben Wissen was zu Lost World gehört Das werden uns den ganzen Part Jetzt noch nerven Ich Kann euch das schon mal so versichern Dabei kenne ich das schon sehr gut Das Level Da müssen wir hin Nein Ich war so nah dran Wann zählt es als Tod Überhaupt mal irgendwann Hallo Ich bin tot Moment Ich bin wieder zurück Und jetzt geht es weiter mit Floating Ruins Ein Level Was mir wahrscheinlich Die letzten Nerven rauben wird Nur falls es noch Keiner von euch gewusst hat Und ja Bevor jemand jetzt hier sagt Ja du kannst doch Tats nehmen Dann fliegst du einfach durchs Level Und du hast gewonnen Nein Nicht Tats hier nehmen Das kann ich jetzt versichern Wer Tats nimmt der Wird er Das ganz schnell bereuen Die Entscheidung Weil Tats benutzen ist hier Genau das Was euer Todesurteil bedeuten könnte Oh Gott Nein Nein Das Leben Scheiß jetzt mal Ich scheiß jetzt mal Ganz dezent Aufs Leben Äh Shoot And go Äh Jetzt wird es interessant Wie mache ich das jetzt Ohne Schild am besten Also Es ist ja ein bisschen Zu risikoreich Hier alles Äh Eigentlich muss man da hochkommen Aber Ich werde darüber springen Nein Ich hasse den Sprung Der ist so scheiße gesetzt Dass das nicht blockiert würde Schon in einer Gemeinheit Ich hasse diesen Sprung Eigentlich dezent Dass der überhaupt So programmiert wurde Ist ja schon Absolut Ein Albtraum Hallo Ein Tier Ist mir so scheißegal Ein Flicky eher Aber Jetzt Muss ich erstmal gucken Dass ich mich hier Selbst rette Das ist so scheiß gemacht Sag ich euch Ich hab so Angst Vor dem hier Falls ihr fragt Der nächste Oderin Kommt auch nicht Der kommt gleich Aber Nicht jetzt Ich hab eine Idee Wenn das funktioniert Wenn der jetzt kommt Haha Ich wollte Stehen missbrauchen Um da hochzukommen Aber hab Schaden genommen Ist ja auch egal Wir haben es ja geschafft So Jetzt kommt der Bug Da rechts 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 Runter 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 Yes Hier kommt der Bug Mit Sonic Funktioniert Funktioniert Hä Ich glaub ich hab Ein Bug ausgelöst Yep Demi Wir haben einen Bug Ausgelöst Das ist Wir haben es versagt Na dann Kurzer Schnitt Ich fliege uns erstmal Da hoch Yeah Wir sind dran So Dann können wir Erst damit hier Hochfliegen Ne Und ja Deswegen Ist es Da Ist ja Eine der Verpacktesten Stellen Ich dachte Ich Für Tates Gibt 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 Irgendwie Ist das Ist das Doch Ein bisschen Irre Wart mal Wenn der Mich Hittet Wie viel Leben hab ich Eigentlich Noch Ich Wags Einfach Mal Auch Wenn Mich Das Jetzt Mein Letzt Leben Kosten Könnte Ach Kacke Jetzt Hab ich Ein Ganz Groß Problem Ich Habe Noch Ein Leben Ja Der Oder Ring Dort Der Ist mir Wichtig Ich Krieg Ihn Das Schwöre Ich Euch Oh Oh Ne Ich Hab Zu Viel Angst Geh Mir Zollen Fuck Ich Bin Game Over Ach Ne Nur Das Leben Ah Ich Hab Angst Äh Ich Muss Das Erstmal Gucken Das Stehen Da Kreck Bin ich Nicht Über Den Roten Ring Oder Warum Klappt Das Noch Nicht Jetzt Habe Ich Ihn Einfach Das Ich Schon Erstmal Jetzt Die Frage Soll Ich Das Leben Noch Holen Oder Es Sein Lassen Es Zu Holen Wäre Ich Keine So Schlechte Idee Oder Ist Vergessen Fuck Kurzer Schnitt Leute So Da Wäre Ich Wieder Mit Drei Leben Im Schlepptau Und Die Sollte Ich Jetzt Auch Behalten Ansonsten Hasse Ich Mich Selber Dafür Äh Mist Fee Ach Gott Nein Jetzt Kommt Das Spiel Hab Ich Schon Immer Gehasst Äh Jetzt Heißt Es Warten Und Geduld Zeigen Geduld Ist Eigentlich Der Größte Faktor Ja Aber Auch Der Größte Wage Faktor Eigentlich In Jedem Spiel Da Da Du 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 Da 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 Dam Oh Gott Ja Und Jetzt Geht Da Runter Auf Den Auf Ziel Äh Wir Haben Es Geschafft Wir Haben Floating Runes Abgeschlossen Und Jetzt Kommt Noch Was Interessantes Hier Aber Seht Ja Auch Gleich Wenn Das Ausgewert Wurde Aber Wir Haben Zumindest Erstmal Alle Runden Ringe Im Ganzen Spiel Gesammelt Ja Leider Gott Das Letzte Level Wenn Man So Betrachtet Ich Kenne Das Spiel Schon Lang genug Ich weiß Es macht Immer noch Fun Auch wenn Es So Kurzes Und Alter War Das Schon Das Letzte Level Also Die Letzte Normale Stage Und Und Das Das Ist Dann Unser Letztes Level Kommen Dir Eigentlich Jetzt Noch Das Eine Muss Mal Kurz Gucken Jetzt Müsst Es Doch Eigentlich Die Cutscene Geben Es Gibt Noch Eine Cutscene Hier Zu Dem Spiel Aber Das Müsst Eigentlich Jetzt Kommen Mal Gucken Ob ich Triggern Kann Sehen Wir Ja Klar Oder Auch Nicht Ne Man Muss 150 Eintragen Und Man Kann Sie Nicht Triggern Leider Gottes Auf Jeden Fall Ich Werte Das Ganze Freischalten Ihr Müsst Also Nur In Fs Punkt Safe Den Wert Abändern Und Schon Geht Das Und Selbst Dass Die Katze Nicht Kommt Mit Dem Aber Vielleicht Hat Grunde Ich Weiß Ja Nicht Aber Eigentlich Müsst Jetzt Der Katze In Kommen Na Egal Auf Eben Fall Hinterlasst Auf Eben Kommentar Eine Bewertung Bis Dann Im Nächsten Part Wieder Zum Großen Finale Von Classic Sonic X Infinity Adventure Bis Dahin Und Emerald Control